an dieser stelle hey und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin dirk 35 jahre alt und ja ich komme aus dem schönen westerwald möchte mich diesem video in dem 48 stunden katakombe werden ihr werdet mich heute begleiten zu einem lost place und es wird wirklich geisteskrank was ich alles bewältigen muss nicht lange rumquatschen auf geht's tja leute da muss ich hoch und ja alles nichts auf geht's leute schwieriger als gedacht ich bin oben ich bin endlich um was für eine geile aussicht da bin ich eben hoch einfach noch krank jetzt geht es erstmal weiter hoffentlich finden wir das lost place noch ich bin oben ich bin oben Okay Freunde, keine Ahnung wo ich hier gelandet bin, aber ich glaube da muss ich durch. Dann starten wir uns mal in den vierten. Wir gehen durch. Achtung, das war so. Aber, Schatz, das war so. Komm. 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 ok freunde kleine abkühlung tat ganz gut das gefühl zu klein aber das gehört einfach dazu jetzt erst mal das wasser aus den schuhen bekommen und dann geht es weiter so weiter geht's ich habe endlich wieder einen normalen weg gefunden und jetzt heißt es die location fänden ok freunde noch mal lange durch den wald geratscht ich habe es endlich gefunden das gute stück ja wir schauen ob wir da auch irgendwie aufs dach kommen ok die nüden haben sich gelohnt ich stehe jetzt hier auf dem dach von dem besagten lost place endlich gefunden durch nass es fängt auch schon wieder an zu regnen aber egal ich habe gefunden wonach ich gesucht habe und ich hoffe ich kann dabei sein bei den 48 stunden dieser karte kommen bis dahin haut rein und auf wiedersehen so